ja hallo und herzlich willkommen zurück auf dem kanal ich hoffe es geht dir gut ich dachte mir heute ist mir wieder zeit für ein neues high update video wie du sicherlich schon bemerkt hast habe ich jetzt die letzten zwei monate kein video mehr gemacht dafür möchte ich mich natürlich herzlich entschuldigen ich hatte jetzt in den letzten zwei monaten bedingt durch die pandemie natürlich auch eine umstellung im job und auch im studium ich habe jetzt in den letzten zwei monaten auch viel studiert und meine prüfung ablehnen können und auch erfolgreich ablehnen können dass ich somit jetzt die masterarbeit beginnen kann von daher bin ich von dieser seite schon mal etwas erleichtert und auch im job bin ich eben dozent in mehreren ländern muss ich sagen ich bin deutschland schweiz aktiv als dozent und musste natürlich alles umstellen auf distance learning was natürlich ein bisschen mehr arbeit erfordert und ich habe soweit alles vor gearbeitet und gibt es den studierenden nach und nach frei und habe dann somit wieder mehr zeit für meine nebentätigkeiten meine hobbys unter anderem hier diesen kanal zu weiter zu fördern ist das hier eher als hobby und nicht als investment was ich hier machen heißt ein projekt was natürlich für mich finanzielle auch von interesse wirkt aber natürlich habe ich auch das interesse dahin eben gewisse community aufzubauen ist natürlich ein sehr interessantes projekt und die co-founder fritz antonius und vincent haben gezeigt dass es eben neben dem finanziellen aspekt natürlich auch einen gewissen community faktor gibt connections gibt die sehr interessant werden können für die zukunft und ja dann freue ich mich natürlich sehr wenn du diesen kanal abonnieren würdest und wenn du fragen oder anregungen hast dann stellen sie gerne unter die kommentarleiste werde versuchen so schnell wie möglich darauf zu antworten falls ich keine antwort darauf habe dann werde ich fritz mit ins boot nehmen und ihm die frage stellen und sobald ich eine antwort habe werde ich dann diese antwort unter dem verfassten frage nochmal hinschreiben ebenfalls wenn du mich kennst ich mein name ist patrick ich liebe in basel es ist in der schweiz gerade an der grenze zum dreiländereck von frankreich und deutschland und ich bin 20 jahre in frankreich aufgewachsen von daher mache ich auch videos auf französisch das hat bis jetzt noch nicht so einen großen anklang gefunden von daher habe ich jetzt diese videos erst mal runter geschraubt und widme mich mehr dem deutschen publikum oder dem dachraum und ich hoffe natürlich dass dieses projekt mehr und mehr erfolg hat dann kann ich diese videos wieder dementsprechend auf französisch auch produzieren und ich würde mich natürlich sehr freuen wenn du hier ein like da lässt dann unterstütze meinen kanal ein bisschen und das kostet dir vielleicht ein zwei sekunden und alle sind happy jetzt würde ich sagen starten wir mal in die verschiedenen themen rein es ist ja einiges passiert in den letzten wochen und das wollte ich einfach noch mal kurz revue passieren lassen und das erste ist natürlich der product lounge der jetzt bevorsteht in gut drei wochen am 16 6 wird um 20 15 dann ein livestream stattfinden und hier wird natürlich der langer sehnte product lounge erwartet ist natürlich einerseits von den investoren eine lange zeit gewesen aber wenn man das als programmierer sieht ist natürlich eineinhalb jahren oder zwei jahren fast eigentlich nichts also die zeit vergeht eigentlich so schnell und bis man mal so ein fertiges produkt auf den markt bringen kann dauert das schon etwas länger und da muss man echt sagen chapeau an die programmierer und an das team von high die haben das echt super gemacht und auch mit diesen immer wiederkehrenden updates zeigen sie auch wieder dass dass die investoren natürlich immer auf den laufen haben halten möchten und das zeigt man dass sie das projekt auf jeden fall sehr ernst nehmen wir sind sehr gespannt was am 16 6 passieren wird also ich freue mich schon sehr darauf ich bin natürlich genauso ahnungslos und auf der anderen seite wieder hoffnungsfroh dass dieses projekt ein erfolg wird es ist natürlich ein erster schritt ich werde nachher noch in diesem artikel zeigen dass es natürlich nur eine leid software ist von dem was am ende rauskommen muss aber das besprechen wir gleich noch mal dann hier haben wir noch dieses high vision movie haben sie noch mal deutsch übersetzt das werde ich auch unten verlinken das ist im prinzip das brandon von dem video was auf englisch gemacht haben das ist schon länger veröffentlicht worden es kam glaube ich anfang 2018 19 raus und eben hier wird noch mal gut gezeigt wie wie die vision von high ist also wie gesagt schaut es euch gerne an bin sehr gut gemacht und es gibt einen guten einblick über das was high planen und schaffen möchte so kommen wir zum angesprochenen artikel von in videos.de hier sehr spannende einblicke auch für bereits investierte investoren und zwar hat hier in videos bereits die software mal testen können eine sogenannte test software laut high ist diese test software nicht die finale version die da am 16 juni präsentiert wird die version die präsentiert wird ist dann die version 1.0 und was man hier durch die verschiedenen texte dann schon mal raus nehmen kann ist dass diese erste version 1.0 sehr einfach gehalten wird und zwar so dass jeder werbe betreibende dann sehr einfach werbung schalten kann und frei nach dem slogan digitale außenwerbung für alle sehr einfach dann in ein paar klicks die werbung schalten können was natürlich sehr wichtig ist im ersten schritt mal die zuverlässigkeit und die einfachheit darstellen lassen zu können um dann eine markt durchdringung zu haben dann wird es dann in zukunft dann jeden monat aktualisierung geben von der software und es werden dann mehr und mehr verschiedene features angebaut werden und ich denke mal dass gerade auch für anspruchsvolle kunden dann dementsprechend etwas spannendere werbung mit eben spielerischen werbeinhalten dann auch dargestellt werden können was ja auch noch sehr spannend ist in diesem artikel ist der punkt hier und zwar unangemessene und unpassende inhalte hier ist es so dass wenn man als werbe betreibende eine werbung schalten möchte geht das erstmal zum high team und das wird kontrolliert das sogenannte cockpit und hier wird dann einfach noch mal geschaut ob es keine copyright verletzungen oder inhalte mit gewalt darstellt so sollte das der fall sein wird es blockiert und wird natürlich dann gesperrt weiterer wichtiger punkt ist natürlich auch wenn zum beispiel ein becker a und ein bkb es an den markt gibt und becker a weiß dass bei becker b ein high bildschirm ist dass der becker b entscheiden kann ob becker a auf der schwarzen liste steht das heißt er möchte nicht dass die konkurrenz dann die werbung auf seine leinwand anzeigen lässt das wäre natürlich sehr blöd hätte ich mal gesagt dass das wenn ein becker dann werbung für einen konkurrenten schalten würde dann auch hat hier high vorgesorgt dann dass damit dass das nicht passieren kann es gibt noch einen spannenden schlusskommentar von imidius der auch nicht zugehypt ist und sehr hätte man gesagt sehr objektiv gesehen wird eben dass das natürlich dass eine richtige richtung geht aber man auch sehr gespannt ist ob die ob die großen player auf dem markt dann auch damit belastet werden können lassen wir uns über auf jeden fall überraschen aber die ansätze gefallen mir auf jeden fall sehr gut und der artikel ist auf jeden fall sehr lesenswert ich werde ihn unten auch verlinken und sie könnten gern noch mal durchlesen dann hier noch zum abschluss natürlich falls ihr fragen und anregungen habt da hat sie meine erfahrung gezeigt dann zögert nicht fritz frei zu kontaktieren er ist vorbildlich in sachen relations zu investoren und ich kann es nur jedem am herz legen stellt per e mail oder per whatsapp per whatsapp ist das noch einfacher der ist fast jede stunde online und ich habe zumeist innerhalb von ein paar minuten schon eine antwort auf eine frage bekommen also falls ihr interesse an das projekt habt oder nicht sicher seid ob das ein projekt ist das interessiert dann wird euch fritz hier sicherlich noch zusatzinformationen geben können und natürlich über bucke call was sie auch schon mal besprochen hatte ist natürlich die möglichkeit einen termin zu finden damit fritz auch zu allen fragen zur verfügung stehen und ich kann es vor jedem ans herz legen der noch um fragen offene fragen zu her hat mit fritz zu kommunizieren dann noch zum abschluss habe ich noch hier ein paar screenshots gemacht und zwar ist es hier vor allem darum gegangen dass ich zum beispiel mit fritz auch kontakt hatte er hat ja eine servicenummer und hat mir hier so ein plattform lounge kuwert zukommen lassen das sehr edel aufgebaut ist kann ich auch gerne nochmals zeigen auf dem video und zwar hier und wenn wir es anschauen hier das haben hat jeder investor bekommen der bereits investiert ist oder der glaube ich daran interessiert ist und zwar ist es so dass hier am 16 6 nehmen noch mal die datum vorne auf dem deck noch mal dargestellt wird was sehr elegant aussieht und im inhalt sieht es dann so aus man hat hier links noch mal überall die verschiedenen seiten wo hay bereits erwähnt worden ist und bekannt geworden ist unter anderem auch im videos die sehr eng immer über hyperhype berichten und da zum beispiel auch amazon prime da gab es dieses video über die außenwerbung das über 40 minuten geht würde ich euch auch sehr empfehlen anzuschauen ist auch auf youtube verfügbar in die rechts noch ein vorwort von fritz der ein bisschen eben google heranzieht kreide vergleicht und wie high da anknüpfen möchte und dann hier noch eben die daten an 16 6 20 15 unter high punkte schrägstich live stream wird dann dieser product launch dann stattfinden genau das wer hat jeder bekommen der investiert ist was auch eine schöne geste ist finde ich und ich denke was zeigt auf jeden fall dass sie sehr nah am investor verknüpft sind was wiederum mir die sicherheit gibt dass high das projekt sehr ernst nimmt und ich bin sehr gespannt wie das dann in zukunft aussieht und dann hier vielleicht noch auf instagram vielleicht auch ganz interessant ist falls ihr noch nicht informiert seid auf instagram wird meistens immer die brandneuen news dann veröffentlicht das heißt falls sie daran interessiert sein die neuesten news über high zu erfahren dann würde ich euch wärmstens empfehlen instagram unterzuladen und high und das underscore official zu verfolgen zu folgen und hier gibt es dann immer die spannenden news und ich finde es sehr interessant hier immer die ganzen bemühungen zu sehen die high hier an den tag legt und wir gespannt wie es dann weitergeht genau das wäre es dann von meiner seite wieder gewesen zum schluss noch ein letztes wort darüber dass ich nicht möchte dass ihr nur bis jetzt weil ich jetzt darüber rede sondern macht euch selber darüber schlau guckt ob das projekt auch euch auch so packt wie mich also ich bin seit der ersten minute eigentlich sehr gehypt gewesen aber nicht von der idee reich zu werden sondern eher von der grundidee und auch jetzt durch die communication zwischen fritz und mir die ich sehr spannend finde und ich habe das so in anderen start-ups noch nicht so so erlebt und das tut mir auf jeden fall sehr hoffnungsfroh für die zukunft stimmen und ich bin gespannt wie es weiterleibt ist natürlich steht natürlich noch eine stern wie das produkt ankommen wird auch in der öffentlichkeit und natürlich kein garant dafür dass es auch durchstarten wird aber sie geben auf jeden fall ihr bestes dass es so kommen wird und ich gebe ihnen das vertrauen in denen ich diese videos mache und ich habe keinen vertrag mental oder so das heißt ich mache das alles freiwillig und macht das immer sehr gerne das heißt wenn ihr fragen und anregungen habt dann nehme ich mir gerne die zeit und versucht diese zu beantworten stellt sie gerne unter der kommentarleiste ich werde gerne für euch da sein wenn ihr wollt und freue mich natürlich auf den austausch und freue mich natürlich jetzt auch auf den plattform launch ich denke mal das nächste video wird dann so ein bisschen eine revue sein auf das was vom plattform launch so gekommen ist und lassen wir uns einfach überraschen was dazu kommt in dem sinne wünsche euch noch einen schönen tag und freue mich schon euch dann nach dem plattform launch dann zum nächsten video zu begrüßen und sagt bis bald ciao